20.15 pro 7 Hellboy Okkulte Mächte sollen die Nazis 1944 den Endsieger retten Der untote Mönch Rasputin ruft Dämonen herbei Doch US-Truppen stören das Ritual Ins diesseits gelangt nur ein rotes Teufelchen 60 Jahre später ist der Höllenjunge unter Obgut des Professor Bloom Zum Ghostbuster des FBI geworden Mit dem Amphibienwesen Abby, seiner Flamme Liz und Jungagent Mayers Muss Hellboy nun gegen die eigene Verwandtschaft antreten Rasputin und der ehemalige SS-Mann Krönen Wollen ihr vor 60 Jahren begonnenes Werk vollenden Mike Mignola, Comiczeichner und Monsterliebhaber arbeitete für Serien wie Batman Fertigte für Coppola's Dracula das Storyboard und kreierte mit Hellboy seinen ersten eigenen Charakter Mit 13 erkannte er urplötzlich wofür sein Herz schlug Es war nicht so, dass ich anfäng, Monster zu mögen Ich fäng an, Monster allem anderen vorzudrehen Die weiteren Tagestipps 21 auf 15 Kabel 1, Medium 22